Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für friesischer Zwiebeleintopf. Der friesischer Zwiebeleintopf, Fries, Sippelpomp, stammt aus der NDL, Provinz Friesland, Friesland und verwendet neben den Zwiebeln vor allem den friesischen Nelkenkäse, Nagelkass. Manchmal gibt es den bei einem gutwilligen Käsehändler zu kaufen. Natürlich kann man auch anderen Käse nehmen, aber dann ist das friesische Element weg. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Topf, Schüssel, Gemüsestampfer. Zubereitung Die Kartoffeln schälen, waschen und in kleine Würfel schneiden. Die Zwiebeln pellen und grob würfeln. Die Kartoffeln und Zwiebeln in einem Topf mit 0,2 Litern Salzwasser gar kochen. In der Zwischenzeit den Käse enterenden und würfeln. Die gegarten Kartoffeln und Zwiebeln über einer Schüssel abgießen und mit dem Gemüsestampfer zerstampfen. Unterrühren so viel Kochflüssigkeit zufügen, dass der Stampfpott leicht sämig wird. Den Essig und die Butter unterrühren, mit den Käsewürfeln und Schinkenstreifen vermischen und den Stampfpott unterrühren 2 Minuten erhitzen. Mit Pfeffer abschmecken. Diese Varianten gibt es. Kartoffelzwiebeleintopf mit Nelkenkäse, Siepelpott mit Nagelkass. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!